Ein Opel Corsa ist hier zum Verkauf angeboten. Der wendige graue Kleinwagen ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 12.000 km. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Der Kleinwagen bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Tagfahrlicht, Bluetooth, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 90 PS. Er wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der angegebene Verbrauch liegt bei 5,2 Litern pro 100 km. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher.